Wer ein Dragfest nicht? Was dich begrüßt? Ich begrüß auch nicht. Er grüßt euch. Ach, wer spielt denn mit Eiern? Oh, Alter, oh, Alter, oh, Alter. Ja, Golf Simulator 2018. Hallo. Oh, fuck. Ja, Betsy und John. Es tut mir leid, ich versuch mich grad zu konzentrieren. Servus. Ich komm nicht rein mit dem Ei. Tja, das sagt seine Freundin auch immer. Alter. Oh, Gott. Okay, das wird ein Ei schon schlimm. Ah, Betsy kämpft mit seinen Eiern. Und die brennen und jucken. Ja, immer mit dem Eiern. Ja, Muffin Man, was ist los? Dein Ei ist so riesig. Spiel mal Eierbecken. Nein, was? Wie kann ein Ei zu schnell rollen? Das versteht... Äh! Das ist doch ein Scheiß. Ich bin immer noch hinten. Krass, aber jetzt kann ich aufholen. Das sagt auch mal wieder, ne? Ne? Ja, ab und zu vielleicht. Ab und zu mal. Ja, irgendwann ist das Ei Demolition. Jetzt wär's noch, wenn's noch kaputt gehen könnte. So, bin drin. Reicht auch gleich, was ich mag. Traufahrt ist die Devise, so Schatz aus. Heraufrotzen. Äh... Easy, 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 easy. Oh, der war geil, der war geil, der war geil, der war geil. Ah, man kann auch noch springen? Nein, oder? Das war jetzt nur Ding. Hä, wie kann man springen? Gibt das? Ach ne, ich glaub, ich hab Springe noch aktiviert, ja. Und wie geht das mit Leertaste, oder was? Ich glaube, mit Maustaste. Ja, ich hab... Es war grad was mit Maustaste. Mit der du auch schießt. Ja, genau. Okay, das war jetzt... Falsch gesprungen. Ja, ich hab... Ah, warum springe ich jetzt da? Ja, jetzt geht's, machen wir mal ein bisschen. Hallo. Hört halt an, auch irgendwann nicht mehr aufzuspringen, ja. So, jetzt. Ah, drin, ja, war's. Ja. So, jetzt muss ich besser spielen, bisschen. Jetzt kann's ja nichts haben. Äh, wir beide. Spring! So, Aschloch. Spriiiink! Ach komm, Mann, das Ei, das ist ja... Ach, geht doch. Boah... Nein! Boah, schoss, Eier! Gibt auch Pucks. Das stelle ich mir auch komisch vor. Oh, wie soll denn das funktionieren jetzt? Ich probier jetzt einfach mal die Strecke geradeaus. Okay, das war schon mal... Aber schön, dass Zock nicht dasselbe versucht hat. Hä? Na, das hat schon... Das war schon richtig. Das hatte seine Richtigkeit, aber... Äh, ja. Okay, auf Leertaste kann ich auch springen. Roll runter, du fettes Ei! Ja, geil. Oh, ich bin wieder so schlecht in der Runde hier. Batsi kann halt mit Eiern nicht umgehen. Nee, mit Eiern, die fass ich so selten an. Uh, die müssen müffeln, ey. Ja, die eigenen, also... Wow, was war das denn, bist du schön? Wieso ist mein Ei jetzt in die Luft gesprungen? Zeichen Hohenkrebs. Wo ist das Loch eigentlich? Ah, das ist da. Ich glaub, das ist entzündet. Das fragst du dich auch öfters, ne? Hä? Ja, ich cheater einfach, da scheiß drauf. Ah, scheiße! Wuhuhu! Ja, sag danke! Man hätte auf dem Ding eigentlich bleiben können, ne? Ach, maaan! Eier ist nicht meins, das seh ich schon. Das ist schon, aber das ist... Aber der Zocki holt auf. Der Zocki kennt sich mit Eiern aus. Ja, sicher, hab ich ja selber dran. So, warte, jetzt tut fest. Oh, das war... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh! Welches Loch? Wo ist das Loch? Ist das beide Loch? Das ist viel Verstecktes. Oh, oh, komm, roll rein. Ja? Ja? Lochi? Lochi? Da ist Lochi. Roll rein, du fettes A. Ja, geil. Warte, jetzt bin ich schon vier Schläge hinter Zocki. Wahnsinn. Ähm... Wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Ah, da hinten. Oh, oh! Ja, komm, nehm ich mit. Nehm ich mit. Ach, das macht er dann nicht. Oh nein! Ach, komm! War ich so... Fucking... Nein, zu fest! Ich bin auch ein Held, Alter. Ein Scheiß-Eier-Held, Alter. Blöder Eierkopf. So. Alter, Schwede. Ähm... Ist das das da hinten? Frag's mich... Ohhhhhhh! Ah! Äh, Knapp. Äh, Menzi, bist du doch gekommen oder was? Ja? Und wie? Nein! Aber das... Das krassere Geräusch war vom Zocki, das davor, ne? Das... Ja, mit Einstoß hätt's bei der funktioniert. Ja, bei mir auch, weil ich hab da einen Trick nachgemacht. Ja, weil er geil ist. Ja, ist geil, ja. Der Zocki weiß schon, wie es geht. Der Zocki weiß, wie er die Eier schlagen muss. Absolut. Wo ist das Loch? Ich seh das nie, oder? Wir cheaten, du mal besser. Ja, auf damit! Und? 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 Nein! Oh, fuck you! Wenn das schon an ist, gell, dann... Ach komm! Oh, jetzt hat das grad nicht so. Ja, bei mir ist... Ja, da lässt's grad nach mit den Eiern. So, wo ist das Loch? Ähm... Ja, nicht mal reguläre Bahn. Oh fuck, mit den Eiern ist das ja nicht so easy. Bist du denn das wahnsinnig? Nicht springen, du Idioten-Eier, Alter. Ach komm! Was war das denn? Nein, warum springe ich denn? Oh, ich bin so nervös! Oh, Zocki! Das war knapp. Hey, hey, hey! Muffin-Man! Muffin-Man! Oh, jetzt sind wir aber ziemlich gleich bald alle. Ah ja, scheiße, jetzt muss ich ein Hole in One machen. Wo ist das Loch? Oh! 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 Ah! Das war die falsche Scheibe! Ja! Ah! Warte mal! Hey, hör doch mal aus! Oh ja, geil, oder? Was wird gemacht? Da kann ich jetzt raushauen. Na, drei Stöße, dann hab ich's geschafft. Hm. Stöße eben, als würde ich mit Eier stoßen, Becken. Ja. Ich mach hier voll den Mist. Weil mir werden's fünf, wenn nicht mehr. Ach komm, dieses... Kackei. So. Wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Dahinten. Nein, der, der Trick zieht anscheinend nicht. Du hast dasselbe versucht, oder? Ja klar, aber das ist zu hoch! Fuck you! Da hätte ich bisschen fester. Nein, da mach ich schon wieder... Oh Gott! Oh, wow, wow, wow! Ich bin so ein behindertes Idiotenkind! Ich hasse mich dafür! Nicht springen, du Idiot! Warum rollt man's rückwärts beim... beim Spawnern? Was ist das für ein Spiel? Dein Ei ist bei... Dein Ei ist bei mir gerade nicht mehr sichtbar. Jetzt wieder. Roll nicht, du Idiotenkind! Ich hasse dich! Hoppala! Jetzt merkt man wieder... Jetzt wird er wieder nervös, der Zocki! Jetzt gibt's wieder nur noch Gewalt! Ja, das ist so! Hör auf zum... Ich scheiß drauf! Scheiße, ich war so schön in Führung und jetzt da... Ah, fick dich! Oh, der arme Mensch! Arschloch Ei, Alter! Du bist so ein Paar, Alter! Oh, das war schön! Nein, jetzt bin ich letzter, Alter! Ich war erster! Nein! Das war so schön jetzt! Das krieg ich nicht mehr... Das krieg ich nicht mehr gut gemacht! Nee, 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 nee! Roll da rüber! Roll da rüber! Ja, brav! Du bist so ein Scheißei, Alter! Hand! Roll nicht runter, du Huren! Jetzt aber... Oh, komm jetzt, Alter! Wenn du jetzt... Bist du ein Scheiß-Battler, Alter! Ich hasse dich und deine ganze Familie, Alter! Ich mein... Ja, was war denn das jetzt? Jetzt... Jetzt... Das kann beim Nach, glaub ich, irgendwie... Scheiße, Alter! Bleib oben einmal! Pass auf, wenn ich dich treff auf der Straße... Ich... Heute mach ich mir noch Ruhe, Alter! Ich schaff das... Ja, komm, ficken! Ja, komm, ficken! Ja, komm, ficken! Es tut mir echt leid, das ist... Ja, genau, da ist das Loch! Oh, das war zu weit! Hm! Oh, ja! Du Scheiß-A! Ich hol das nie wieder auf! Das Ding nur Möglichkeit, das aufzuholen! Ähm... Muffelman? Ja? Du bist bei mir nicht im Loch, du liegst hier doch rum! Ja, ich weiß, ich war noch nicht drin... Na, ach, nein! Achso! Ach... Komisch, gell, wenn du jetzt mal bei einem nachlässst, dann... Na komm, Alter, das kann ich... Wie soll denn das funktionieren jetzt da noch? Du dürft das einfach nicht schaffen! Wenn ihr das nicht schafft und ich mit einem Schlag... Wohoho! Hahaha, das war ja geil! Oh Mann, Zocki! Hör doch mal aufzuspringen! Ich hab dich ja gar nicht g'sehen! Ich hab dich ja gar nicht g'sehen! Das ist zu scheiße, was ich hier mach! Ähm... What the hell?! Oh, 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 oh! Ei, 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 beweg dich! Oh, geht doch! Der ist mit einem Ei etwas schwierig, ne? Etwas? Nein! Ja, weil du ein Cheater bist, oder du? Komm, schnell! No, wenigstens die Baumstämme. Oh, schnell! Oh, das passiert ja gar nichts. Oh, der Arm. Ja, wie soll man denn das schaffen? Toll, ich habe noch zwei Züge. Ja, wer kann man auf die Eier zunehmen? Egal, der Bessie ist Erster, du bist Zweiter, ich bin Letzter. Was, ich bin Erster? Ja. Oh. Ja, Alter. Ja, was für einer, ich schäme mich dafür. Na komm, eigentlich war ich gar nichts schlecht und dann die letzten drei. Okay, zurück. Warst du nicht schlecht, du warst gut. So, ja, mit Eiern umgehen geht's, ne? So. War eine kurze Runde gerade eben, aber jetzt geht's nochmal von vorne los, ne? Den, 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 den. Den Puck zieht man ja fast gar nicht. Wow. Wow, wow, sehr schnell. Wow, ich hätte fast mit Anhieb geschafft, what the fuck? Wow. Wow. Alter, ist das Ding schnell. Hör auf zum Springer, du Kackpuck. Ach, ja, geil. Der rutscht gut übers Gras, ne? Also... Oh, nee. Nicht mit dem Puck. Oh, 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 oh. Hole in one, Digi. Hole in one. Bitte was? Naja, der Typ, der die Sachen einstellt, der schafft's natürlich. Ach, da unten ist das Loch auch. Ah, ja, und ich spring drüber, ich hält. Ich bin so ein Idiot, also jetzt hab ich's. Oh. Oh, ja, das wird geil. Njum. Njum. Natürlich komm ich nicht bis nach unten. So, passt. Ich auch. Ich in drei bin ich so gut wie ihr. Oh, fuck, warte mal, da muss ich ein bisschen langsamer, oder? Nein, du Arschloch. Fuck, das wär besser gewesen. Hab ich immer gleich Schämpfader? Ich versteh's nicht. Nein. Wir sind wieder am Spawn hinten. Ach, komm. Maffin, mein Geh weg. Oh, das war zu schwach. Oh, yes. Was ist los, Batsi, oder? Was ist los? Alter, das ist ein Scheißdreck. Hör auf zum Springen, du Kackbuck. Nein, was? Oh, yes, man. Yes, man. Hör auf zum Übersteuern jetzt, ja, man. Das ist ja lächelig. Ey, bitte. Äh, was ist denn das da drüben für den Ding? Okay. Das ist doch nicht möglich, hä. Doch, es ist möglich. Halt's Maul, Batsi, ich weiß. Du kannst Gedanken lesen, mein Freund. Unglaublich. Solltest du die Adventures wechseln. Ich bin reingehüpft. Vor allem zu die Adventures, gell? Ja, Adventures. Avengers. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich so angepisst bin. Das ist doch so ein schönes Game, Zocki. Absolut, Alter. Ich bin voll halb. Das macht Spaß. Ja, ist so geil, Alter. Eigentlich, das weckt die Ruhe. Geht scheiß ich aber drauf, Alter. Oh, der Wunder hat mich bereits überholt. Ähm. Äh, müssen wir nicht ins... Na, Mann? Nicht... Musst du in das Loch? Nein. Oh, ja, ich glaube, das Loch ist in der Falle. Ja, eben. Oh, hier ist noch ein Fallenloch. Ne, das ist... Oh, oh, oh. Du hast es fies. Oh, ich bin voll reingefallen, Alter. Was soll denn der Scheiß? Oh, 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 oh. Und zack. Ja. Und ich bin voll drüber. Ist ja geil. Und schon wieder. Ein bisschen zu fest tue ich das. Boogie. Boogie, 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 oh, 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 oh. Nun scheiße. Ah, jetzt weiß ich auch, ob man muss in das Loch gehen. Okay. Yep. Schiff Prozent mit Farschner für sich so los wir sind aber schon dass es da leicht untergeht Ode aber gut so geht aber gut ja ein bisschen mal die Rüder an Sprung also ja genau das glaube ich mal bei Johnny klappt das nämlich gerade nicht ich muss hier ich darf hier halt nicht jedes mal rein okay wir sind ja an der selben Stelle ach komm boah da hast ja Johnny mal 14 Schläge das hätte ich auch nicht gedacht das Spiel das schafft Freundschaften ich bin hier raus wo du wohnst man ich komm da vorbei das war nix von mir wo ist das Loch aber jetzt probier ich mal was Gironimo okay das war nichts doch ich bin immer noch in der Bahn ich glaube sie nicht übersteuern Junge mir egal dafür bin ich gut und drin ja auch nix dafür wenn sich das Mikro von alleine hoch schaltet ähm ja drauf hat's und das zieht immer ne bin ich schon ah scheiße und jetzt pass auf jetzt bin ich drin oder doch nicht oder doch nicht ja nicht ganz jetzt zieht uns voll ab ja man hört auch an seiner man hört auch an seiner Stimme jetzt klingt der gerade ein bisschen abgehoben wenn ich sag aber ich bin drin ah nein nicht ganz hörste da ist ja wo ist das Loch boah bist du abgehoben müssen wir da hoch den Boden gemacht ja musst du ein Igel hab ich gemacht muss das nochmal ist Igel ho ho scheiße ich brauche auch mal ein ho in one ein ho in one ho in one wo ist das Loch fuck you oh ich bin über den Ding drüber ok das war nicht richtig ja ich werde auch überhaupt nicht richtig katapultiert wenn ich frage oh ich bin wieder zurück hallo servus oh fuck das war auch nicht richtig hey jetzt was ist denn da los jetzt schau ich gar nicht mehr ich mach einfach und wo ist das Loch weiß irgendjemand wo wir hin müssen ich nicht ich hab ne vermutung genau ja ich jetzt auch naja genau ich komm da aber nicht hin wo ich hin will hoppala ich hab's gleich raus ich mein ich mein was war das jetzt das war jetzt wieder zu weit warum war das jetzt wieder zu weit ach ich bin da das ist die falsche Strecke nein nein ach ich muss da nur runter ich bin immer viel zu weit wie krass ist das denn äh äh ja die Runde war ne Nullrunde von mir ja von mir auch ja Muffinman hat's hinkriegt noch scheiße ich bin schon wieder letzter scheiß auf Golf ich bin immer zur falschen Strecke hin ist da wow hier das ist mit dem Puck teilweise echt oh nein ah ich hab's noch geschafft durch Springen durch Springen hab ich's noch geschafft müssen wir da rauf oder ich weiß gar nicht wo müssen wir denn hin oh ja wir müssen hier hoch weil ich ein bisschen gecheatet hab wenn ich ein bisschen durcheinander und 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 ja geil oder nice Betsy der gammelt da unten im Wasser rum ja ich ich check's grad bin ich grad voll raus ähm was was nix ich hab nix gesagt wolltest du gerade hier kritisieren ne nein überhaupt nicht ey wo bin ich wohin woh lang welches Loch ich nehm das Loch oh und roll rein so Arschloch Warum fall ich nicht durch mehrere Löcher auf einmal jetzt gehen wir am Arsch Geht doch, geht doch, geht doch. Na super, ich lieg trotzdem komplett schlusschissen. Kann doch nicht wahr sein. Juhu, komplett falsch! Ja komm, all in one! Achso, weder kein holl in one, aber ein paar. Ah, das Spiel ist... Ich hole auf! Ja, also... Oh komm, oh komm, oh komm, oh komm! Ach, Arschleiter! Na los, na los, jawoll! Na super! Hast du keinen holl in one bekommen, Betsy? Ne, ich komm da nicht mal durch. Wie viele holl in one ich schon hatte, dieses Spiel! Schon ne dritte! Komm ich schon nicht durch, komm ich nicht mal durch! Du musst ja auch nicht... Du musst nur durch... nur durchfallen lassen da! Ja, ich weiß! Aber so geht's leichter, verdammt! Ja, ich seh's! Bin ja hier, schau! Zack, zack, zack! Aber ich komm immer wieder da beim Wasser raus! Da! Schon wieder! Ich fall immer da! Du springst ja auch ständig! Nein, ich spring gar nix! Ich drück jetzt nicht mal was, siehste! Und trotzdem fällt er da rein! Weil du da neben die Bahn hinfällst! Ja, ich kann das ja nicht steuern, wenn der da durchfährt! Ja, ich weiß! Aber du hast halt einfach Pech gehabt! Ja, ich hab jedes Mal Pech! Merkst du das? Oh! Oh! Ich bin wieder Erster! Ähm! Nein! Da war auch noch eine Parriere! Verdammt! Die hab ich nicht gesehen! Ah, Zweier! Ah! Fuck it! Sag nicht, du wieder Hole in One! Neee, 3! Ah, okay. Okay, das wär's. Das wär's. Das wär's jetzt gewesen, ja. Jetzt muss ich mich wieder anstrengen. Jetzt ist der Zocki gleich an mir dran. Na, 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 na. Jo, das war nix. Oh, oh, bleibt da drin. Bitte bleibt da drin. Komm ich jetzt raus. Ich glaub ich bin richtig. Bass bin drin. Ja, diese komischen Röhre meinte ich. Die Musik ist voll zum Einschlafen, ey. Hab ich schon wieder durch, oder was? Ja, hab schon. Alter, jetzt bin ich echt schlecht. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren und dran halten jetzt. Ich darf nicht schon wieder letzter sein. Aber auf das wir jetzt genau hinauslaufen würden. Wo ist das Loch? Äh, das war komplett falsch. Passt, hab's geschafft. Ich cheate doch gerade, oder? Na absolut, aber wie, Alter? Ach, da drüben ist halt eben rüber gesprungen. Super. Da hab ich gar nix haben. Nein. Ich seh nur n' Zockis wegspringen. Da dachte ich mir, da flieg ich mal hinterher. Deswegen schaut ihr auch immer erst, wo das Loch ist. Ah, das war scheiße. Ah, das war die falsche Strecke. Ah, scheiße. Ich geh zweimal die falsche Strecke. Ich bin ein Held, Alter. Okay. Wo ist das Loch, Alter? Ja, hier nicht. Ich glaub wir hätten schon da oben drüber müssen. Warum spring ich jetzt auf dem Zock jetzt jedes Mal hinterher? Nur weil er zweimal recht hatte. Na, da ist kein Loch, oder? Räck mich mal. Wo ist's, Alter? Jetzt geht gleich wieder aus, Alter. Weee! Wir müssen da in den... Ach! Ja, ich hab's jetzt gesehen. Ja, ich hab's gesehen, da ist das Loch. Wo ist es? Sagt es mir bitte. Auf der anderen Seite, du musst nur hier zu Wege bin und du musst auf die andere Seite einfach rüberkommen. Ja, ich bin zu weit. Fuck. Man darf halt nicht zu fest, oder wie? Ist das richtig? Jetzt geht gleich rum, Alter. Ich hab's schon versagt. Wo es ganz knapp übers Dach kommt. Ja, Alter. Ich sehe das Dach nicht einmal. Was soll denn das Scheißdreck? Das ist doch direkt vor dir! Ja, das weiß ich schon. Aber es ist so finster. Ich weiß gar nicht, wie hoch das ist. Ja, gut, 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 gut. Und jetzt da vorne ist es lo... Ja, das ist leider die falsche, ja. Boah, da ficken. Entschuldigung. Da drüben. Ja, jetzt bist du an der richtigen Seite. Ja, jetzt kann ich nicht mehr schlagen, Alter. Na, Alter. Ja, weil ich immer das... Ja, ich bin zweimal das falsche und dann noch einmal das falsche. Wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Ähm... Hm, ich sehe es irgendwo, aber... Ähm... Okay. Yo. Ey, warte mal. Ich bin gar nicht so falsch. Monument. Ey, was ist? Geht hier weiter? Ich denk's mir grad auch. Hä? Ach, da ist das Loch! What the fuck. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh. Komm, jetzt bleib mal auch stehen, dass du nicht mehr springst. Ach komm, du Stück Müll! Boah, das geht ja auf Zeit, das Ding. Krass. Oh, letzte Runde. Ja, Fee, ich komm zu ihm. Ich bin immer am Auszucken, Alter. Wo muss ich da... Hä? Okay, das war falsch. Maff, ich bin spawnt wieder. Okay, das war aber auch falsch. Ich glaub, wir müssen da rüber, kann das sein? Ah, fast! Nein! Ja, 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 ja! Komm, geschafft es! Puck, Puck! Ja, sehr schön. Du Arsch, Puck! Du klangst jetzt wie der Typ aus Mario. Aaaaaaah! Hahaha! Nein! Wow! Aaaaaah! Ach komm! Er wird halt eigentlich noch von dem Wagen hochkatapultiert. Er versucht alles, er gibt nicht ab! Hahaha! Oh, ja der ist schön. Tja, scheisse. Gelaufen für nen Zock, esse ich hätte gesagt, gewonnenamt! Wann, willst du? Soll' man auch eine Runde dranhängen, oder? Ja, mach mach, mach mach! Okay, hau mich nochmal das podio ins rein. Hau raus! Oho, Captain Jack baubelt seiner. Ah, das ist Christbaum-Schmuck. Hey, warte, wir können nicht mehr springen. Oh, das habe ich ausgemacht. Oh, du fieser Fettsack. Und das ist Fettsack nicht gut. Nein, nein, wie soll ich denn jetzt einmal was schaffen? Das Problem ist, die Dinger springen schon von allein durch die... Macht es ein bisschen herausfordernder. Nein, gar nichts. Was ist mit Cheating? Nix mehr. Halt's Maul. Cheater werden nicht toleriert bei mir. Was? Du hast damit angefangen. Hey, das wäre glaube ich sogar ich, oder? Ähm. Ach komm, ach komm. Ach komm. Das ist mir grad gar nicht klar. Da drin? Na, Muffelmänner nicht, okay. Oh man, ich hasse die Christbaumkugeln. Die sind sehr... Die sind auch nicht anders wie die Eier, oder? Na doch, na doch, natürlich. Die Eier sprung... Er konnte nicht... Also, man konnte sich zum Springen bringen, aber... Von alleine nix halt, ne? Und dass der... Dass sie ziemlich blockieren auch. Also... Ja. Ja. Ja komm, das ist die paar Runden schaffen, wenn es mit dem Bad ist, oder? Ja, wirklich dieses nicht springen können, das ist schon... Hat sich so dran gewöhnt, ne? Och, der hat mich voll den Arsch gerettet, Boy. Oh, das ist ne Grade. Wieso haben wir denn da ne Grade schaffen? Das frage ich mich grad auch. Ja, ich... Ich komm... Ich komm ja gar nicht durch, weil ich schon komplett falsch stehe. Ich hab nicht... Nein. Ich bin drinnen. Ich auch. Soki ist... Irgendwo. Na, ich schaff keine Grade. Ich stehe grad aber auf Fies. ...dass du wieder auf ner... Dass du dann halt mit einem Schuss gerade rüber kommst. Das wär... Ja. So, ja. Gedankengang, der mir auch hätte kommen können. Aber den wollte ich halt nicht... Ja, keine Ahnung, oder? Ist ja... Nix in der Rübe. Nix in der Grießbaumkugel, oder? Nein! Na scheiße, das war's, oder? Boah, ich dachte ich schon, ähm... Das ist jetzt bei dir schon. Na, fuck you. Boah, jetzt hat ein Grießbaumkugel... Rette mich, Fisch. Ja. Nein, nein, nein. Oh, oh. Was aber, wie sind Fische? Oh, wir haben ja zwei Schläge. Mhm. Na, nicht ganz, Betsy. Oh, scheiße. Bei mir überhaupt nichts, Alter. Ah, ich... 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 Ich bin wieder hoch. Vielleicht noch nicht unten. Ah, fuck. Manchmal bist du dann wieder zu leicht mit dieser Grießbaumkugel. Komm, 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 komm. Ja, passt. Wer? Ja. Ja, boi! Was? Bei mir ist grad alles irgendwie grün geworden. Äh, ja. Nein, 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 nein. Ups, das ist ein Scheißspiel. Muss schon nachfragen. Nur im Spiel, oder? Äh, ne, ne, nur im Spiel. Dann ist schwarz geworden. Ich... Ich seh nichts. Ich hoffe, es ist wirklich nur das Spiel. Für was? Oder? Äh, ne, es ist bei mir im... Aufm Display. Also, ich seh das Spiel an sich nicht. Ich seh bloß... Power Strokes und sowas. Ich muss da mal raus. Hm. Hm. Damit sie alle gemacht haben. Nein. Was ist das jetzt? Ah. Ist du da richtig? Naja, ja, aber nicht so fest. Ah, nicht so fest. Okay. Das Böde ist, dass die Kugel selber dauernd wieder so abspringen. Oh, fuck you. Ach komm, das darf doch nicht wahr sein. Ach komm, wieso fliegt sie jetzt hier nicht mal drüber? Ey, komm jetzt da. Ja, wir sind fester. Ich trau mich nur nicht. Und? Rolli, rolli, rolli. Oh, du bist so ein Arschkugelchen, Alter. Komm. Fuck. Das ist immer so schwer zu messen, weil die Kugel... Nein! Da musst du aufpassen jetzt da. Ja, ich hab's gemerkt. Du bist eine Arschlochkugel. Fuck. Und? Geronimo. Arschlochkugel. Sag's ja. So, links oder rechts? Rechts. Voll egal. Oh, ich wär fast raus. Okay, komm. Komm. Da unten ist das fucking Ziel. Oh. Oh, der war nice. So, jetzt rotz ich voll los. Ja, super. Ich hab äh... Popschuss angeschlatzt. Da la 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 la. Alter, wo steh ich denn jetzt hier? Ja. Hm. Wer wollte dieses Spiel spielen? Ich nicht. Jaaa! Roll zurück, du Arschloch. War gar nix. Ah ja. Kannst du mich die Dinger anders hinstellen? Äh... Na doch mal. Jetzt noch bitte. Ich hab hier Spaß ohne mich. Absolut. Nee, ich bin grad mit unseren komischen Bällen hier. Ich bin ja dafür mal wieder eine Runde mit Normalbällen zu spielen. Ach, komisch. Boah, das ist schon... Ja. Hey, warte mal. Das war jetzt da nicht richtig, oder was? Nämlich hat's wieder irgendwo rausgehauen, weil meine Kugel wieder gesprungen ist und wo sie nicht springen sollte. Ah! Warte mal, äh. Voll plan. Nein, scheiße. Nein! Oh, aber bekommt nicht so weit. Bin's ich, bin's nicht. Nein, scheiße. Ah, fuck! Ich hab eh fast gar nix mehr zum... Ich komm eh nicht, ich komm da... Ah, wir sind nicht mehr wichtig. Ja, ich schaff's doch eh nicht, Alter. Das ist ein Scheißdrecker. Das ist schon vorbei bei mir. Nein, ich schaff's auch nicht. Stehen. Ach komm, das ist so weit weg da drüben. Aber man hätte... Wahrscheinlich, wenn du eine andere Kugel hättest, dann würden die Kanonen auch was bringen. Ja. So, und jetzt Hole in Brom. Das wird schafft dann... Aber du wüsste, wo das noch ist immer. Ach, fuck, da ist Wasser. Äh, falsch. Aha, aha, aha. Was? Aha, aha, aha. Hä? Wie soll man denn über das Wasser drücken? Ach! Die Dinger können ja schwimmen. Aber ich kann nicht mehr springen. Ah, fett sich nicht gut. Komm. Alter, das ist immer... Gott im Himmel, Alter. Ich sollte eigentlich auf die Powerleiste achten. Da weiß ich, wie viel Power ich nutze. Okay. Okay. Ich hab's gleich... Ist bei mir gleich zu Ende. Ah, ich glaub ich schaff's noch kurz vorm letzten Schlag. Bei mir ist vorbei. Ich bin nur außer... Ah, ich mein... Ich bin voll außer mir. Nein, 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 nein. Sag nicht, das ist der Dreck, was sich da unten abbaut immer. Baut? Ach doch, tatsächlich. Da ist er... Ja, genau. Am Arsch der Welt ist Geld. Du bist zwar im Ballerkind, oder? Wie meinst du jetzt? Ich? Nein, meine Kugel. So. So, einfach mal drauf hatzen. Das wird schon was ziehen, denke ich. Ähm... Ah, komm, bisschen fester. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, mein Gott. Wir sollen das möglich machen. Ja, wir sollen das gehen... Da ist nichts. Ja, läuft. Da ist nichts. Ich bin wieder am Start. Ja, läuft. Super. Ich hab mich ein bisschen verschätzt. Und tschüss. Wieder verschätzt. Jetzt mach dann, jetzt mach dann. Ja. Ja, komm, Alter. Ich hab mich wieder zurückschlagen zum Start. Ich hab das nicht gewusst. Und tschüss. Natürlich blöd, dass jetzt in der letzten Runde Johnny nicht dabei ist, gell? Ja, es ist... Das Game ist halt doch etwas verpackt, ne? Weil die Axis... Na. So, jetzt hat mir reicht... Mir geht jetzt die Playlist auf den Sack, die ich anhabe. Ich muss mal was Neues machen. Ja, aber jetzt hier ist voll drauf und ich bin wieder der Loser hier. War der Auto einschlagen, ne? Wieder. Was immer denn, ne? Ist ja leise, ich bin nur gut in allem sonst. Ja, ähm... Aha, wie soll das funktionieren, bitte, please? Sag mir das mal, ja. Quatsch. Na, echt? Da müsste man nicht spritten, ne? Da müsste man nicht spritten, ne? Da braucht man die normale Kackrugel. Bist du so weit gekommen? Bist du so weit gekommen? Ja. 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 Kann ich irgendwie das Lenken, wie ich schwimme, Nege? Baaack! Ich spring über den falschen Moment. Ach. Oh, da ist der Kraken! Oh. Der Kraken hat ja was mit der letzten Strecke... Ja, war klar. Äh, was soll'n das? Hallo? Oh, da musst du echt gut schlagen jetzt, wofür du durch... Ah, du bist schon da. Huiiii! Äh, was? Dann bin ich wieder oben? Ja, weil der Kraken dich raufgefetzt hat, glaub' ich. Nein! Ah, du Arschloch. Ah, du Arschloch Kraken! Äh, ich bin nicht gut oder falsch. Ach, die mit ihrem Scheiß-Trall dauernd! Die Runde schaff' ich nicht zu Ende. Ich auch nicht, weil ich bin schon am Arsch der Welt und... Ja, das war's. Vor allem hier... Oh, da hochkommen, das ist ja nicht eine Möglichkeit mit der Tür hier. Ach, jetzt beißt mich die und jetzt ist mein... ...huck, wollte ich schon sagen, ganz weit weg. Ja. Jo, dann würde ich sagen... ...Fock und ich verabschieden uns, Johnny war ja leider weg... ...und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu dritt. Jo, bis zum nächsten Mal. Mach's gut! Ciao! Tschüss!